Der Bundesfinanzminister hat in diesen Tagen ein schönes Zitat benutzt. Ich will es auch benutzen. Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es den bösen Nachbarn nicht gefällt. Wir haben keine bösen Nachbarn in Europa, wir sind umgeben von guten Nachbarn. Aber wir sollten alles dafür tun, dass diese so bleibt, dass nicht aus guten Nachbarn böse werden, weil sie insolvent werden. Also lassen Sie uns die so ausgestalten, dass wir auch künftig in Frieden mit guten Nachbarn leben können. Danke. Danke.